Trigger-Warnung, jetzt kommt eine Schlange. Und was für eine. Die größte der Weltgeschichte. Die Titanboa war fast 14 Meter groß und über eine Tonne schwer. Zum Essen hat sie sich gerne mal ein urzeitliches Krokodil oder zwei Meter lange Schildkröten gegönnt. Gelebt hat sie im Amazonasgebiet. Das ist aber schon sehr lange her, nämlich vor rund 60 bis 58 Millionen Jahren. Heute lebt dort ihre Nachfahrin, die Anaconda. Die wird im Vergleich nur bis zu 9 Meter lang und um die 250 Kilo schwer. Ist ja gar nichts, oder? Forschende vermuten übrigens, dass es dort damals im Schnitt bis zu 35 Grad warm war, damit Schlangen so groß werden konnten. Heute herrschen am Amazonas im Schnitt Jahrestemperaturen von bis zu 28 Grad. Die größten Schlangenarten mögen es übrigens immer noch warm. Die unserer heutigen Zeit leben alle in den tropischen Klimazonen. Hast du eigentlich Angst vor Schlangen?